Musik Räumen wir uns auf das zweite Halbfinale des heutigen Tages. Die Einhoffkiner sind schnell. Ganz, ganz schnell. 1 zu 1 gegen Rom. Außerdem ein 2 zu 0 gegen Moskau. Tolles Halbfinale zwischen Budapest und Maric. 1 zu 1 gegen Moskau. 1 zu 1 gegen Moskau. Toll vorgetragen. Die Ecke. Was für eine Flacke. Und was für ein Kopfball. Pedro Ruiz Delgado. Und das war's. Glückwunsch. Musik Bis zum nächsten Mal.